Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo Video. Freunde, unsere 12 Fakten Serie geht weiter und heute geht es um den BMW Z1 Roadster. Wenn ihr wissen wollt, was für interessante Fakten es zum BMW Z1 gibt, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Doch bevor wir anfangen, noch einmal eine kurze Werbung in eigener Sache. Wie ihr sicherlich bereits gemerkt habt, erscheinen seit Anfang August wöchentlich aufwendige und interessante Videos für euch auf unserem Kanal. Möglich macht das unser Partner autodoc.de. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann klickt doch einfach den Link in der Videobeschreibung an und schaut euch bei unserem Partner um. Also Freunde, los geht's! Der BMW Z1 war das erste Z-Modell überhaupt und führte die bis heute erfolgreiche Z-Reihe bei BMW ein. Das Z in der Nomenklatur stand für Zukunft und sollte auf die richtungsweisende Technik und das damit einhergehende positive Markenimage verweisen. Im Jahre 1988 stellte BMW den Z1 der Öffentlichkeit als Konzeptcoupé vor. Was als Entwicklungsprojekt begann, endete mit einem Konzeptfahrzeug, das die breite Masse von sich überzeugen konnte. Dennoch ging das Z1 Coupé nie in Produktion. Wenn man jedoch genauer hinschaut, erkennt man, dass das Z1 Coupé seine Formsprache an das Z3 Coupé vererbt hat. Beide Fahrzeuge weisen nämlich verblüffende Ähnlichkeiten zueinander auf. Der BMW Z1 hatte eine extrem kurze Bauzeit. Er wurde nämlich von 1989 bis 1991, also nur zwei Jahre, gebaut. Damit belegt der Z1 Platz 1 der am kürzesten gebauten BMW-Fahrzeuge aller Zeiten. Eine seltene Wertanlage. In der zweijährigen Bauzeit wurden nur 8000 Einheiten vom BMW Z1 gebaut und verkauft. Damit gehört der Z1 zu den selteneren BMWs und verzeichnet jährlich einen nicht enden wollenden Wertzuwachs. Die Preisspanne liegt heute zwischen 35.000 und 150.000 Euro. Alle Exemplare des BMW Z1 wurden in mühevoller Handarbeit gefertigt. Zum Marktstart konnten täglich nur insgesamt sechs Fahrzeuge gebaut werden. 1991 fuhr BMW die Produktion etwas hoch, erreichte aber maximal nie mehr als zehn produzierte Exemplare am Tag. Das Hauptmerkmal überhaupt. Der BMW Z1 war das erste Fahrzeug, das vertikale Schiebetüren hatte. Die Türen ließen sich dank einer cleveren Konstruktion elektrisch versenken und wieder hochfahren. Eine weitere Besonderheit. Der Z1 ist noch heute das einzige Fahrzeug weltweit, in dem man mit versenken bzw. offenen Türen fahren darf, da diese keine tragende Funktion haben. Bevor es weitergeht, wollen wir nur eine Sache wissen. Wäre der BMW Z1 etwas für euch? In der Infokarte oben rechts könnt ihr darüber abstimmen. Wir sind gespannt, wie ihr euch entscheidet. Weiter geht's. Dem BMW Z1 gab es in seiner gesamten Bauzeit nur mit einem Motor zu kaufen. Der aus dem E30 bekannte M20 B25 Reihensechszylinder verfügt über 2,5 Liter Hubraum, 170 PS und 222 Nm Drehmoment und sorgte beim futuristischen Roadster für Vortrieb. Mit diesen Specs schafft es der Z1 in 7,9 Sekunden vor 0 auf 100. Ein Rivale im gleichen Gewand. Der Autobauer Alpina hat 66 Einheiten des Z1 umgebaut und als Alpina RLE, also Roadster Limited Edition, angeboten. Der Alpina RLE hatte 2,7 Liter Hubraum, 200 PS und ein Drehmoment von 261 Nm. Zudem war der Alpina RLE 0,8 Sekunden schneller und brauchte nur 7,1 Sekunden für den Spurt von 0 auf 100. Strip-Down leicht gemacht. Die Außenhaut des BMW Z1 bestand aus thermoplastischem Kunststoff, welches mit dem Chassis verschraubt wurde. Seitenwände, Kotflügel, Türverkleidungen, Schweller und Stoßfänger konnte man also leicht demontieren und ersetzen. Ziel war es, damit die Reparaturfreundlichkeit des Z1 zu erhöhen. Ein reger Bedarf. BMW gab bekannt, dass 3.500 Bestellungen für den Z1 vorlagen, bevor der Wagen überhaupt in Produktion ging. Somit wurde fast die Hälfte der angedachten Fahrzeuge schon vor Produktionsbeginn verkauft. Den BMW Z1 gab es nie mit einer Klimaanlage. Grund dafür war das Armaturenbrett. Es war so klein, dass es technisch nicht möglich war, Heiz- und Kühlleitungen gleichzeitig zu verlegen. Aus diesem Grund musste man sich als Z1-Fahrer nur mit einer einfachen Heizlüftung zufrieden geben. Die beliebteste Farbe für den BMW Z1 war die Farbe Rot. Es wurden exakt 6177 Z1 in der Farbe Top Rot ausgeliefert. Die restlichen Exemplare wurden in Traumschwarz, Urgrün, Fun Gelb, Pur Blau und Magic Violett ausgeliefert. Aber jetzt seid ihr dran, Freunde. Würdet ihr eine Neuauflage des BMW Z1 begrüßen? Ein moderner kleiner Roadster mit versenkbaren Türen und richtungsweisender Technik? Schreibt eure Gedanken dazu doch gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Wir freuen uns drauf. Einen kurzen Moment noch, Freunde. Es gibt etwas Wichtiges zu besprechen. Wir wollen euch noch um einen Gefallen bitten, denn mit diesem Video endet die Kooperation mit unserem Partner Autodoc. Damit verlieren wir eine wichtige finanzielle Stütze und die Möglichkeit weiter zu wachsen und im nächsten Jahr auch weiterhin Videos für euch zu produzieren. Wenn ihr den Kanal erhalten und im nächsten Jahr noch eine fünfte Staffel sehen und unterstützen wollt, dann spendet uns doch gerne einen Betrag eurer Wahl, um uns finanziell zu supporten, den Kanal und kommende Videos zu sichern und übermäßige Werbung durch Dritte zu vermeiden. Bavmo steht kurz davor, das nächste Level zu erreichen, aber nur ihr könnt dies möglich machen. Wenn jeder von euch nur ein paar Euro dazu steuert, wäre die fünfte Staffel für das nächste Jahr gesichert. Ihr könnt uns gerne über Paypal oder Patreon unterstützen. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir danken jedem Ehrenabonnenten im Voraus für seine Unterstützung und hoffen, dass wir auch weiterhin Videos für euch produzieren können. Noch eine weitere wichtige Sache. Der Dezember steht vor der Tür und das bedeutet, dass bald wieder der Red Winter auf unserem Kanal losgeht. In den nächsten Wochen werden wir den Output hochfahren und endlich die lang erwarteten Fortsetzungen von unseren beliebten Videoserien bringen. Es werden auch ganz neue Formate folgen, bei denen ihr mitmachen könnt. Dazu solltet ihr uns auf Instagram unter adbavmo suchen und folgen. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke und könnt aktiv über die kommenden Inhalte auf dem Kanal mitentscheiden und sogar selbst zu einem Teil davon werden. Also Freunde, wir hoffen auf eure Unterstützung. Lasst uns gemeinsam eine bombastische fünfte Staffel auf die Beine stellen. Wir versprechen euch, dass ihr es nicht bereuen werdet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017